Die sich ihr angebotene 2-Zimmer-Mietwohnung ist ab dem 1. November 2014 bezugsfrei. Die Etagenwohnung befindet sich in Schwerin. Die Immobilie wurde 2012 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche sowie einen Keller. Die Etagenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 64 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 630 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.